so mein herzlich willkommen zurück zum bus simulator wir haben jetzt 280.000 ich glaube noch nicht dass wir es holen können wir schauen mal gerade was holen könnten aber ich habe 300 zur freie verfügung der bus dealership da wollen wir mich jetzt mal kurz gucken wir waren die nächste rote geist an die route 10 so ich glaube 300 lande kostet ja so kommen wir mal was war da so am markt haben wir sollten einen gasbus kaufen weil wir ja 330.000 kostet der oder der man für 350 durch beim nächsten zahltag haben muss oder wir nehmen den lion city den haben wir ja schon die ganze zeit ich glaube ich nehme dann den hier oder wir nehmen jetzt nichts ist immer den im wiko hier sind dann brauchen wir auf alle fälle kostet 330.000 im nächsten zahltag haben wir unseren gasbus wir sprechen haben heute noch mal eine route wir brauchen nämlich mal die money money so rota will rote nummer und weiter geht mit uns auch immerhin vielleicht kriegen wir es heute hin ich mach ja gar nicht mehr jetzt geht los was für eine nacht ich bin für sie eine fahrkarte haben nur kannst du nicht weiter geht ich habe gehört in michael saloon hängen die ganzen speedrunner ab wir sollten da mal hingehen auf geht es mit unserer noch nie ganz wir haben ja bald aber wenn wir mal glück haben bei den wikern hat man auch nicht der lion city haben wir ja schon den fahrer nämlich auch gerade das ist die nicht nochmals gasbus haben sondern wir leben das kostet geld oder auch nicht gerade so noch geschafft weiter gute bremsen das war eigentlich nicht so absichtlich ich habe ich glück gehabt ich dachte mir die zeit sind fest was ich da auch noch für den fußkriegern aber nein so links alle schönes nach vorne und der weiße wenn da jetzt warum ist das garst ein bisschen raus damit war so 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 So, Seniorenticket. Einfach auf der Karte. Zwei Stunden. Wochenkarte. Wir gehen kurz mal hier. Erklär haben, wo das hier lang geht. Hier. Die Zeit vergeht so schnell, wenn man in einem so schönen Bus sitzt. Vielen Dank. Ja, läuft langsam mit unserem Unternehmen hier. Klar. Ich liebe die Aussicht von der Harbingberg Bridge aus. Wir leben in einer sehr schönen Stadt. So, ich fahr hier selber. Kein Spaß beiseite. Hier ist meine Fahrgarte. Kein Schwarzfahrer. Okay. Ist doch schön. So, da geht's gerade aus. Ach, scheiße. Ich hätte recht abgemustet. Ich habe mich voll verfahren gerade. Aber jetzt hätte ich komplett außen rum gemusst. Ich habe jetzt auch Glück, dass kein Auto hinter mir stand. Ich komme zu spät. Schon wieder. Ja. 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 Ich glaube, ich gehe morgen wieder zurück. Nächster Halt, Essendorf Avenue. Im Planetarium gibt es diesen Monat eine tolle Ausstellung. Ich wusste nicht, dass es auf die Karte der Hand bringt. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Das ist die Linie 10. Warte mal, ist die hier gleich schon? Ja, das ist rechts. Essendorf Avenue. So, neue Fahrkarte, Verloch-Fahrkarte. Richtig ist hier fließen. Noch nicht. Senioren-Kick-Kick. Äh, Wachkarte. 16 Uhr. Okay. So, ich spiele es jetzt quasi mit dem wenig. So, ich spiele es jetzt quasi mit dem wenig. So, ich spiele es jetzt quasi mit dem wenig. Der Bus kann ich schon so viel Arbeit erledigen, noch bevor ich überhaupt im Büro bin. schon mal. So, ich spiele es jetzt gleich an der falschen Haltestelle natürlich. Jetzt mal so. Gab es das Fahrradkampf? Ja, natürlich mal eine, wenn wir auf jeden Fall immer einen Fakker in der Fakker haben. Spiel durch. Nächster Halt, North Mall. North Mall? Okay. So. Mit dem Turbenwindel. So. Das heißt, wenn wir dann ausgebaut werden müssen, müssen wir eine Haltestelle ausbauen. Weil die Meldung habe ich schon ein paar Mal gekriegt. So. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, kannst du. Natürlich. Sie haben hier ein Ticket. Ich habe die Karte. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Die Lennert Street ist immer so schmuddelig. Vogelkacke überall. Ja. Aber das Beste hat mir vielleicht auch viel Spaß zu machen. Ja. Ja. 20 Terminal ist die nächste Haltestelle. Ich habe von meinem Enkel gehört, dass ich eine Haltestelle habe. Das könnte... Hi. So. Wochen... Ja. 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 Wenn das gemeinsam... Es ist eine Däspion. Eine Fahrkarte, bitte. Oh view Ja. Ein findest du? Ja, ich zeige Ihnen meine Fahrkarte, aber nicht anfassen. Die kommt direkt in meine Sammlung. Fahrkarte. Fahrkarte. Hier ist sie. Noch mal. Das Ding, das man zum Bus fahren braucht. Wollen Sie die denn noch sehen? Na klar, hier, bitte. Augenblick. Da. Hier, bitte. Hier ist meine Fahrkarte. Und hier bin ich aufgewachsen. Einen Augenblick. Ah, hier ist sie. So, nächstes Auto ist die Nummer 8. Das heißt da vorne links. Einen Augenblick. 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 Manche Lieder von All Directions sind wirklich gut zum Lernen. Was für eine Nacht. Ich bin völlig durch. Ich brauche eine Fahrkarte. Ich brauche eine Fahrkarte. Kann sich auch passen, perfekt. Nächster Halt, Nimitz in 3rd. Nimitz in 3rd. Endstation. Bitte alle aussteigen. Gut. Das war tatsächlich normal, aber ich habe noch nicht die Haltestellen abwerten können. Hier ist es. Jetzt müssen wir eigentlich noch abfahren. Da, da. Oh, das sind einige. Die. Transit Terminal. Highlander Park Church. So, die. Hier unten noch eine. Ja, die Sarah Street. Und die North Mall. Ja, ich glaube, dann haben wir so alle. Nicht so richtig. Ne, da unten ist noch eine. Eine habe ich noch gesehen. So. Ja, die. Keine Schlägseitenview. Die brauchen wir noch gar nicht anzufassen. Weil die so nicht falsch ist. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Oh, ist ja nicht so. Die ist frei. Also, da ist noch eine. Da ist noch eine. Da ist ein paar, ne. Du. Chinatown. Chinatown South. City Hall. City Hall North. Weil das so höher, die sich aufgewertet sind. So mehr können wir das nicht da. Können wir natürlich die. Auch wieder ein Binderung. So eine. Chinatown West. East. East. Third Street. So. Ich glaube, dann haben wir so alle. West. 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 ich habe die so noch nicht so 280.000 330.000 kostet der muss ich würde sagen die route lassen wir noch ein bisschen außen vor weil damals wäre sie jetzt die nächste aber ich werde sie noch mal mit dem gasbus fahren können wir haben tatsächlich wir werden jetzt kurz in dieser folge noch den zahltag triggern in der nächsten folge kaufen den gasbus und dann fahren wir die gold island ab weil ich mich die mission hier eben kurz noch angehen so das heißt auf der hier das heißt wir werden sie noch mal fahren weil ich wie gesagt die zahltag triggern so 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 gut sie war das geht ja schon wieder gut los, dass man Auto aufs Dach geht naja, alles gut, das geht doch nicht so ups, aber komplett voll aufs Dach gefallert tja, naja, ist ja gut ja, fahr dann Taxi da weg, mach ich wollte jetzt Feuereinsagen der Bus fährt nicht ab, solange es geht oh, die Katze, ahn naja, geh da mal weg, Mann ja, ist gut jetzt wo sind die fliegenden Autos? laut Filmen sollten wir die schon haben ja, Filme ich hab auch gar nicht recht, dass die schon da sind naja, gut so so hier ... Das ist eine Seniorenkette, also ein paar Kaffee. Dann muss ich die nochmal neu anpacken. Die erste, die wir dann nochmal neu anpacken. Weißt du etwas über das Jazzfestival? Ich habe gehört, die Besetzung soll toll sein. Nee, ich bin nicht versammelt. Aber wie geht der jetzt? Oh nein, gute Fahrer. Zahlt hat. Sehr schön. So. So. Normale Fahrkarte, Tageskarte. Oh, es ist etwas kalt heute Abend. Wenigstens ist der Bus geheizt. Achso. Entschuldigung. Geld zurück. So, wir haben die Tageskarte. Ich brauche eine Fahrkarte. So. George und ich wollten demnächst eine neue Wanderstrecke ausprobieren. Warte, bitte. Das wird abenteuerlich. So. So, wir werden das jetzt. Ich sch einzige! China Pound is nice. Wohin geht's jetzt? Äh, Main Avenue. So, die einfache Fahrkarte. Dann haben wir die Feierabendung vorgelegt. Äh, ist die 9. Kette. Einfache Fahrkarte 2. Klaus, ne? Mein Sohn und ich gehen am Sonntag in Sieg im Anheln. Willst du mitkommen? Boah, ich will die blöde mit der Aschale. Oh nein, ich hab meine Fahrkarte in meiner anderen Hose vergessen. Ja, ich will die Fahrkarte ausgebaut werden, sehr gut. Erst dann ist mein Wochenticket abgelaufen. Vielleicht kontrolliert niemand. Ach so, schützt man hier. Willst du die Rapport ausfahren? Ja. Ich hab's gehört. Ich hoffe, dass die Karte auskommt. Ich hab's gehört. Ich hoffe, dass die Karte auskommt. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Und auch eine Fahrkarte auskommt. Und alle Fahrkarte auskommt. So. Und an Senioren Elder die fuck einfach nochmal 3 Sekunden. Cool. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Fahrkarte wird uns finden. Entschuldigung, willst du noch mal die Tür aufmachen? Eigentlich nicht. Das ist aber nur gut für den Berater. Die Rücken ist nicht zulässig, aber für die Gewerdung ist es okay. Letzte Haltestelle ist Whistle Avenue, dann haben wir es geschafft. Das nächste Mal folgt ihr den Job und den Gasbus von den Groen-Allen-Route. Ich weiß nicht was, warum wir jetzt richtig rassisten, die wir jetzt mal schon die Ruhe kontrollieren. Es gibt keine Möglichkeit. Okay, das hätte funktionieren können. Tut mir leid. Gut, dann machen wir das alles. Aufgeschwappt. So. So. Direkt vorher. Kappels. Da.